Radio B2 präsentiert das Hoffest vom Berliner Kriminaltheater. Lernen Sie die Schauspieler kennen und werfen Sie einen einmaligen Blick hinter die Kulissen des Theaters. Sherlock Holmes und Miss Marple sowie Radio B2-Moderator Michael Niekammer erwarten Sie. Lecker essen und trinken und der Eintritt ist frei. Kommen Sie vorbei am Samstag von 15 bis 20 Uhr, Palisadenstraße 48 in Berlin Friedrichshain. Direkt am U-Bahnhof Weberwiese. Das Hoffest vom Berliner Kriminaltheater mit Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Die Schöpfe jagen, es sei ihm da. Die Eistigkeit hat mir, das ist wunderbar. Ach du, ein Sonnmann, wo wir hier an den Grenzen sind. Sonne, Mond und Sterne sind das. Wer hinterm Ofen sitzt und die Zeit wenig nützt, schont zwar seine Kraft, der wird aber nichts erreichen. Wer aber nicht lang fragt und geht los und verzagt, für den Gietzkei Fragezeichen und dergleichen, bis er es schafft. Jawohl, meine Herren, so haben wir es gern, nur mit Mut kommt man gut durch die Welt. Jawohl, meine Herren, dann hat man dich gern und tut, was dir gefällt. Jetzt stehe ich an der Retour und hab's auch macht's geträumt. Und am nächsten Tag ist er tot gewesen. Mein Mann des Warmschlappschwanz, sie wissen, wer das heißt. Wer was ähnliches zu Haus sagt, ist dem Klaren. Ja, er träumt, er hat seinen Tod. Und eine Woche drauf hat ein Riesen-LKW ihn überfahren. Also geben sie acht. Also geben sie acht. Also geben sie acht und bringen sie mich nicht zum Schäumen. Sie sind bis jetzt eine feine Mann. Doch wenn ich sie nicht leiden kann, dann brauch ich nur von ihrem Tod zu träumen. Also geben sie acht. Also geben sie acht. Also geben sie acht. Nur der Herr, damit ich mein Fahrt, lief der Schutt im Dunkeln, galt. Könnt' vielleicht etwas langen. Doch der Herr, der sagt mir. Geben sie auch. Doch der Herr, der sagt mir. Wie man das Mainste denkt, Baba ist der Herrunterne, Nehmt euch die Zeit, es ist höchste Zeit. Nehmt euch die Zeit, heute, heute, hätt' es so weit. Nehmt euch die Zeit, keiner soll es bereuen. Nehmt euch Zeit, etwas Zeit, für ein wenig Gemütlichkeit. Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Die Mann tauben vergiften im Tag. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau. Die Mann tauben vergiften im Tag. Wir sitzen zusammen in der Laube und Janina vergiftet am Taube. Der Frühling trinkt, wir sind in das Mark. Beim Tauber vergiften im Tag. Schatz, bring das Arzt, singt, schwingt her. Das tut sie am besten bewähren. Streis auf der Krache. Radio B2 präsentiert das Hoffest vom Berliner Kriminaltheater. Lernen Sie die Schauspieler kennen und werfen Sie einen einmaligen Blick hinter die Kulissen des Theaters. Sherlock Holmes und Miss Marple sowie Radio B2 Moderator Michael...